Guten Tag, meine Damen und Herren! Ich will Ihnen die Zäure von Tekelalschwieß. Die Zäure, was ist der Meckor von der Indien für Tekelalschwieß. Die Zäure, was ist Masber. Die Zäure, die Hezbe der Indien, was tatsächlich bei Tekelalschwieß ist. Schwießbäu von Kluhli, ein bisschen Veteran der Tekelalschwieß. In der Zäure, was erzählt der Maße für Tekelalschwieß. Eine von der gewaltigen Scheinkeits der Zäure. Und das ist eine der einzigen Spuren. Was man kann sehen, der Maße von der Zäure, der Chachummim, der Chavreie von der Zäure, haben wir viel Mammisch gelernt. Mit jeder Stekelsäure oder Sachstecklichsäure Das ist nicht nur ein Limmat, steht ein Füßiger Zäure, wie in den Tümen, wie in den Schläumen. Da sind auch ein Zäure drüben. Die Zäure von Schwies, das du zwei, zwei, eckere Meckäuris, zwei Plätze, wo die Zäure bringt der Indien, wenn lehnen Schwiesbäu Nacht. Die Zäure gibt es nicht Tickenlaalschwieß. aber in allen Menschen unterricht man, das ist ein Zeimeter, Evertausch, für Tickenlaalschwieß, meint nicht verächten etwas, ob man einfach nicht verächtet hat. Ticken auch etwas Evertausch ist setup, also wie Ticken entspricht, bei Ticken, so ein Zeiger, der der Drucker wenn man gedreht hat, beorfen kann. Ticken käuren, Ticken zu erfreuen, sonst kann man Ticken gar nicht. Zweitens, es ist ja du und er sollt die Luschen ticken, und die Luschen ticken meint er sollt ein Luschen vom Kisit oder ein Luschen vom Lerwisch. Na warte, wer es weiß, er solltet es von der Ariakude, ich weiß, dass die alle XFZ-Tien mit der Ticken, dafür darf ich nur die Garantäische verrechten, es ist nur nichts zu brauchen, ich weiß es bin echt nicht zu brauchen, dafür darf ich nichts verrechten. Aber ich weiß ja. Der Zäure leicht darauf, dass du zwei Mekäure auf eines in einem Parsches einmal, und dort ist mehr gelehnt, mehr der Zäure ist maß bei der Innen, das ist amistig, auch der Maße, der Maße halb Sekhun, als Reb Abim und Reb Khi sind gegangen auf dem Weg, wo man geschmiesst, die Innen, für so viele Säume, das bringt sich auch das Schwierz, für das sind die Unkämme der Innen, auch der Maße, aber es ist nicht richtig ausgewähnt Schwierz bei Nacht, das ist auch so gerne mitten der Uhr, und da muss man so gerettet. Das heißt, es ist wie ein Fahrschwierz oder Schwierz, aber es steigt nicht. Noch ein stärkere Mekar, das ist noch ein Mekar, was man bringt, die Zäure in der Gdümerseife, der Zäure in der Gdümer vom Seifenbereich ist. Was hier steht, da ist, also sind die Zäure in einer Gdümer oder zwischen die Zäure, die Zäure in der Gdümer Kippe, die Zäure in der Gdümer von der Gdümer, die Zäure in den Gdümern wie Sie in der Gdümer erscheinen, die Zäure in der Gdümer in der Gdümer in der Gdümer�ose gab. Das ist eine wichtige Rolle. Das ist eine große Rolle. Es ist eine Geschichte, das habe ich mir so als Hauptmann ausgeführt, oder dass es nicht so damals an der Gdümer erinnert. Das ist auch nicht so, denn es kämpft. Das ist die Zäure zu tun, dass es nicht so gerne ein Böden, aber ein Schwer und ein Psecher als ist ein Böden, Fahme lehnt der Etzumsach. Der Etzumsach ist wenig interessant, wie der Schaar, wie der Weg. Wie soll ich gehe ich heraus? Den Eulam Hase, Aran und Eulam Azoir. Das war ein Doma, ein Doma sucht wie ein Doma. Und der Doma für Seifra Azoir, Rippor, Kekillor, ist össig. In der Schwache Teure. In der Zimas-Besante, herausbringende. Wo ist mit dir? Was mag ich dir tun? Was will ich dir tun? Eine von der Sachen, was es äussert wird, ist, dass es ein Doma zu sehen ist, wie es ein Doma zu sehen ist. Das ist eine Sache wegen der Medrusche, oder wie es ein Doma zu sehen ist, wenn es ein Doma zu sehen ist. Und noch eine Sache mehr, das ist wegen der Indien. Von der Male, von der Amidee gekommen. Das heißt, man kann nicht lernen. Das kann man doch wissen. Das sind zwei Sorten lernen. Ich habe gerade lachen zurück, wie ich nicht mag. Es ist nur eine, was er lehnt. Noch die Teure. Die Teure kommt, und man schickt rein, und für Menschen in seinen Kopf. Die weiße Säune, oder so. Das heißt, das heißt, das heißt, das ist eine, was er sagt. Das heißt, das heißt, das heißt, das heißt, das ist ein Doma. Das heißt, das heißt, das heißt. Aber kein Mecham Teure. Das heißt, das ist kein Mechadisch, so ein Gedichtheit Teure. Aber das ist ein An Complex. Das heißt, das ist ein Gedichtaşer, das heißt, das heißt, das heißt die natürliche Teure. Auch, die ohne Spitze es nicht. Auch, ich sage Menschen, sie'n Vogel-Hans l ED det, oder そう ist ein M, oder nicht, oder heatedisch nicht. Das heißt, das heißt, das heißt, das steht nicht. Sie fleißig. Das heißt, das Queen, das heißt, das ist Morchadisch, ja. Es ist nicht klem. Es ist in der Gebote, die sich steigt. Es ist ein Marke, wo sie steigt. Inizer indirectпис mélange, aber das ist ein Gedicht, maschadisches Teure. Das heißt, da muss ich unten damités zeigen. Die Möchen sind teure, die sind teure, die sind teure, die sind teure. Das ist kein Meulensam. Wenn die Möchen sind, wird die Meulensam, das ist ein Meulensam. Das ist eine 3.000 Mögel. Man sieht das mit einem normalen Tag. Ja, das ist eine 3.000 Mögel. Das ist eine 4.000 Mögel. Die 3.000 Mögel machten Chadischa. Sie hat nicht nur die zu machen, aber die schadischa nicht mehr. Die 4.000 Mögel sind die 3.000 Mögel. Das ist der Punkt, wo es der Derschnitt ist, wo es in den Zeichen der Jesaja ist, wo es im Dvora befeichu und die Zeil die Judik ist, die Netei HaShumayim, die sie sicheren, und die Gehäinein, die sie zu einem Ereiz, und die Zion am Ereiz. Und das ist der Zuhl, der Tekeri Ami-Ato, oder die Immi-Ato. Das ist wie ich bei Netei HaShumayim und die Oisad Uretz. Das ist wie es, die Netei HaShumayim und die Oisad Uretz. Und das ist die Netei HaShumayim und die Oisad Uretz. Und das ist die Netei HaShumayim und die Oisad Uretz. Die Oisad Uretz, die Oisad Uretz und die Oisad Uretz, und die Oisad Uretz und die Oisad Uretz. Die Oisad Uretz, die Oisad Uretz. Und das ist oft so, am Moment von Oisad Uretz. Einige Possiveness der Meldungen ist das Nisemal. ist das Nisemal. Alles ist das Gelgülim, das ist Recycult. Aber Recycult war wirklich tolles. Wo es ist die Recycult, das war Teure. Einige ist die Chidische Teure. Es ist die Chidische, und die viele Nisemal. Und in den Kiddich ist die Gewaltige Sache, heisst wenn ein Mensch kein GebirER-Kind hat, man meint, dass er nicht auf eine schlitte geht, aber das Kind geht nicht Man weiß nicht, weil man sagt, dass du sehr ifst, dass du sehr sehres davon bist, ist ja auch Sachen, die wenden von den Talmiden... wenn man nicht einfach selber hat, man sagt, dass man nicht mehr in Ruhe hat, man weiß es nicht, aber man muss es nicht tun, aber er Massachusetts das war also wenn ein GebirER-Kind, das war kein Reホmer, dann haben wir versucht, wie viel er kennt Aber der Fakt ist, er macht es. Es ist eine Sache allein. Es ist eine Sache für sich. Es ist eine Sache für sich. Chidische Teure sind eine Rechte Chidische Teure. Aber man hat Kiembe von der Atzmah. Es kann werden misinterpreted. Es kann sein, dass alle meine Sachen. Es kann sein, alle meine Sachen. Und bei der Eker ist das Chidisch. Und andere Werte. Oder es steht von und bei der Eker hängt bei dem Schabbar ist Achas. Und vor allem, der Rabbi, der Herrn von der Eker ist, wenn man eine Anahein fragt, wenn man sie mit dem Schabbar ist, sie glaubt, dass eine andere Diver Teure. Aber es geht darum, wenn man die Diver Teure ist, hat alles andere Diver Teure ist. Auch wenn sie in die Diver Teure sind, was sie bei dieser Eker sind, was sie Diver Teure ist. Es ist, man könnte sagen, was sie mit dem Schabbar ist, Ich habe gesagt, ich habe einen Kurs, ich habe einen Kurs, der sich zu viel nützt, so viel Stock bei der Ecke ist. Ich habe gesagt, dass die Ecke ist, das ist ein Kurs. Ich habe gesagt, das ist nicht die Ecke, das ist nicht der Schäufe. Ich habe gesagt, nein. Aber nein, das ist teuer. Das heißt, es ist kein so eine Ansage, als ich geboren habe, ein Baby. Du fragst, du hast einen Baby gekocht, das ist ein 3-fund, 5-fund, 8-fund, ich weiß, ein größer Baby. Von dem rief dem ab, rief dem der Tate, was ist das der Kunde? Er macht ein sehr, ein guhnisch, das ist wie ein Baby, ein vielleicht ein Baby, das ist ein guhnisch. Aber das ist nicht guhnisch, aber das ist ein leidiger Dusha. Das ist ein guhnischer, das ist ein neuer Kind. Der Kind kann mich nicht reinigen, wer weiß, was. Deshalb sagt einer, wenn du ein Kurs teuer hast, du hast eine Rege für ein Kurs teuer. Du kannst die Rege, die Rege für eine Ecke, Dusha. Die Rege, die Rege sagt auf dem, das heißt, tham vassila tuam, der Melech am Melech, kein Thoim, zann, tham chiddisch. Die Rege, das ist immer, das ist, als ich später kiek, und auf dem, ja, das ist ein kleiner Baby, das ist ekeldig. Du hast dann auch gesagt, ja, das ist echt immer Baby, das ist ekeldig. Wir haben Gebäude, und das ist besessen, das ist bei du meich. Das ist gerade jüdisch, tham. Aber das ist in dem, kein Rett von der Rabbi. Aber ich weiß, dass ich vielleicht gewiss, was der Thalm da gemacht hat, aber ich weiß, es ist immer wieder zu teuer, was ich sage, Chiddisch gut, dass ich gerne eine neue Schumann, die eine neue Teuer war. Und das hat gemacht in der Neue Welt, das heißt, in der Teuer Schumann, und in der Eretz, vor allem, nicht nur noch zu ihr, in einem E-M-E-T-U, im E-M-E-T-U. In Behempschicht der Idrisch, also Fadim und Nuchdem, bring der Zohar der Maße, dass er sich immer ins Gesetzen und sein Chavarai, und der Zohar ist so gut, wenn er sein Gesetzen, wie der Zohar in der Gdome-Seifera sov, und er fress. Beleile der Kalle des Chavres bebaala, und der Nacht, wo der Kalle greift sich ziel im Maße, aber wir sind im Schavar-Zahn bebaala. Wir haben alle mit der Zusammenarbeit, die ich erforsche, zu können, die Zohlab-Zahn und der Zohar allein ist der Grund, der Rezicht von der Lache des Chavres. Aber das gilt nicht hier. Mit den Zeigen vom Feigen Martin-Aktar auf dem Falle, die Zungas meint nicht, wie ich weis. Aber das sindñana und die Gerichte mit den Zohar verborgen, die Zungas meintage des Chavres bebaala. Aber Das ist aber eine Toil-Zahn des Zohar-Time der Nähe, die Zohar geht nur im Schavres bebaala. ich besuche nicht nur zum Beispiel Schwertz, ich hab jetzt das, wir haben mal einen Stuhlach, aber das ist wie ein Begräuber, was man denn noch wurde? ich habe gesagt, was man denn jetzt hörte ich mal? so haben wir gesagt, ich hab einsteh das H zaman, ich bin froh das Schmutz, ich bin froh das Schmutz, das ist ein Schmutz, ich habe eine Schmutz zu tun, das ist ein Schmutz, ich bin froh das Schmutz, Geberes kover im Eisem Geberes maore im Neunetznir Alle mine Geberes Aber du bist doch auch der Geber auf der Welt Der Geber was heißt Geberes bin ein Eichhude der Kalle Was ist der Geber? Die Geber sind die Geber, was heißt Kieren wegen der Schöne Das heißt der Kalle Das heißt die Geber Die Geber sind die Geber Was darf man sein? Die Geber sind die Geber Da darf man sein, die Nacht Die Geber sind die Geber Die Geber sind die Geber Die Geber sind die Geber Da darf man sein, mit ihrer ganzen Nacht Da darf man sich freigern, mit ihrer Dekinam In der Geber ist die Geber Sie muss sich verbreiten Und da darf man sein, mit der Teure Leine, Leine und Leine Die Geber ist die Geber Wir müssen das in der Hochmisse. Die Tatsch. Und ich kann immer sagen, was ist der, was ist der, was ist der, was ist ja Psan bei Nacht? Ich kann immer nicht drauf gehen bei Nacht. Was ist der Chagaschwies? Nicht drauf gehen bei Nacht. Und alle Möwe, wenn man lernt, er sagt, das darf man immer sein, und das ist einigen Kluli, aber so gestalten, und das Gdome von Cifras, aber es ist kein Cifras auf Schwerz, so hat es manchmal angefangen, dass das Einwand schwerz. So kommt die Heimschicht, weil die Heimschicht, so recht wegen den Innen, findet das teuer, macht nicht gleich teuer. Er hat einen Kumpel, ich will, ich will, was man gelernt hat, das ist so, ich will, was man gelernt hat, und wir sollen das machen, was man gehört hat. Aber der Innen, was er will, macht das nicht, ist das nicht. Im BMS? Die Mahalle von Obersagen bei Nacht und sich freien, machen die Kinder, machen Geschichten von der Schöne, von der Kalle, so ich kann sagen, von Schwierz bei Nacht, so ist auch von jeder Nacht. Aber was du weißt, so wie auf die Kabule, so eine große Eichel, Schwierz in der Früh, so wird auch die Eichel in der Früh bescheiden, auch die Eichel in der Früh bescheiden, auch die Eichel in der Shabbos, auch die Eichel in der anderen Jante. Aber was du, die Sorte gehören? Die Tage, die Sorte, jede Nacht. Die Sorte heißt oft, jede Nacht saß und lernt Schabbos, die ganze Woche. Und man tut das selber nicht, sonst kann andere nicht. Und weil man liebte so, in der Masse von der Katzke gesieden, so hat die Katzke gesessen getroffen, die Tschernabelle gesessen. Und er hat gefragt, was er eine Rebbe, was sucht eine Rebbe, was er anhoge ist, was viernein gesagt. Und Schabbelle hat er gesagt, warum gibt es die Sorte anhoge? Er hat gesagt, unser Rebbe gesagt, jede Woche Lalschischi soll mein Obe sagen. Freitag soll mein Fasten. Und dann habe ich Salloi oder in Schabesland auch so geteilt. Er hat gesagt, meine Nektion Novel. Und er findet man sich auf sich auf. Die Katzke gesessen hat gesagt, wenn man schaut. Aufsahe bei einer Rebbe sucht ins Rebbe, man darf auf alle Nechte. Erstens sucht der Rebbe, wenn man darf, darf man essen. Erstens sucht die Rebbe noch nicht die Griecheilig. In Thilim sucht ins Rebbe. Was ist das, wenn man da mal geschrieben hat? Ich schrieb in Thilim. Ich nehme 17 Euro, was die sogenannten Eind auch. Der Masse ist eine mögliche Bitte für die Kirche von zwei Wegen von Trachten. Du hast gesagt, die Thilim sucht ein Wegen von Trachten. Das ist schlecht. Das ist so wie die... ...minderäge der Masse. Du hast gesagt, das ist auch ein Wegen von Trachten. Du hast gesagt, das ist eine Wegen von Trachten. Du hast gesagt, das ist ein Wegen von Trachten. Du hast gesagt, das ist ein Wegen von Trachten. Du hast gesagt, das ist ein Wegen von Trachten. Das ist aber normaler Mensch. Die Menschen, die sind ein Nuchdig, Nuchdig, Nuchdig Kalle, Nuchdig Teuer. Du hast gesagt, die Menschen sind auch die Pfade teuer. Sie sind auch die Pfade teuer. Wie sind die Menschen? Das ist ein Kalos Chavayram. Der Kalos Chavira. Der Kalos Chavira heißt, der Entourage. Der Bridal Party, wie man sagt auf Englisch. Der Kalos Chavira sagt, dass du ein Stunz zu Dechassene. Aber was kamen sein Stunz zu Dechassene? Was ist das ein Machen Dechassene? Aber du kommst zu Dechassene, statt einer zu machen. Die kommst du, was ich verstehe. Aber die haben unsere Chavira allein. Das heißt, der Kalos allein. Und nicht nur ihr allein. Man ruht ihr alle Schützchen. Alle Chavira. Sag herr, nicht umkommst Dechassene. Aber dann kommst Dechassene. Nicht nach Dechassene. So darf man kommen nach Nacht für ihr. Oder eine Woche für ihr. Auch eine Uhr für ihr. Ich weiß wenn. In Zigaretten. Das ist eine Schwinde. Aber da darf man kommen in Zigaretten. Zigaretten der Geschichten der Kalos. Zigaretten der Siede. Zigaretten der Aller Union. Was man darf auf jeden Fall Dechassene. So ist es in der Teure. So ist es in der Jichert. Als ich kenne. Du weißt, du hast Deutamelech geschrieben. Er nimmt es. Er sucht es. Doch du weißt. Er darf machen Dechassene. Zwei. Er ist gegen Deutamelech allein. Zwei darf machen Dechassene. 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 Er kann nicht umkommen noch sagen. Nehmen Dechassene. Er muss es machen. Und wenn er es machen darf. Kann er dann sagen. Du weißt, dass du eine Nacht, was sie sie mit segelst. Du das Nacht, was man bestellt vor der Chassene. Ja. Dei Privilege. Unzirke mein paar Schabes bei Nacht. Also wie. Das haben Dein Mahlermensch. Der Pushtenmensch. Und man sagt. Er ruft aber so. Und ein Schabes ist eine gute Drohsche. Ja. Wem kommt jeder rein in uns der Drohsche? Schabes noch mit. Wem kommt der Ruf und uns der Drohsche? Der Entig. Ich weiß nicht. Ach heute ist. Also fuch ist Entig. Läuft dich Sie gerade den Drohsche. De, de. De Mensch, was er machen ist. Er sagt, ich kenne nicht. Das ist das Mann mit segel. Ich darf sagen, ganz gut. Du. Wenn er kenne. Frisch kann man sagen. Das ist das Mann mit segel. Das ist das Mann mit segel. Das Mann mit segel. Er macht das Mann mit segel. Er macht die ganze Sache. Na warte. Ich stelle es sich los. Man kann verzeihen. Auch es hat das Land schwer bei Nacht. Andere warte. Der Leil. Es kommt früh. Er kommt schon bei Nacht. Er kommt bei euch Leil. Er kommt schon bei Nacht. Und er macht. Er stelle sie. Stelle sie, was man darf sie stellen. Das ist eine Sache. Auch wenn er die Merkungen nimmt. Es ist noch etwas besser. Was ist mit dir nach Nacht. Und das ist gebot. Auch die Säure. Auch es ist immer mehr. Die Säure weil die Indien. Es sind vier Bäume. Es war und dann vier Bäume. Es ist auch eine Sache. Wenn die Säure in der Säureaddierungen zu sehen. Und wenn sie immer noch nicht so waren. Es geht immer wieder mit dem Land. In die Säure, der Osten kann die Säure reinnehmen. Die Säure entneiden. Wenn man leidt, wenn man zahlt jeden Tag, dann muss man das tun. Wenn man kommt zu der Nacht, zu der Nacht, wenn man lacht, mischt. Wenn man kommt zu der Nacht, darf man halt in der Nacht rein. In der Welt hat man gedacht daran, die ganze Indien von den vier Bäumen läuft, wie die Zäule versteht. Also wie Indien von Schmieren, Schmieren, Schmieren mit einer Klippe, Schmieren mit einer Zäule. Das ist ein Rösser von Mitzrayen, das ist alles, aber du, Mitzrayen. So, wenn man sich nicht mehr schnappt, wenn man sich nicht mehr schnappt, weiß man, wie es geht, wie es geht. Wenn man sich nicht mehr schnappt, dann darf man sich noch ein Rösser geben, darf man sich noch auswaschen von Gelila und Mitzrayen. Nehmt ihr sieben Wochen, wo es das meint, alle in Junem, alle in Bechines, jemand hat sich ausgewaschen. Die kommen die 50. Nacht, die sollen kommen. Und andere Werte, jetzt ist der Herz offen. Jetzt ist man bereit. Wenn man bereit, sagt man Menschen, man macht man das zu, wenn man bereit ist, dann kann man noch loslassen. Dann darf man nicht mehr schmieren. Dann muss man sich ausgewaschen. Ich habe schon in der Mikveh. Wenn man um den Krieg, dann darf man sich in der Raum gelten. Ja, wenn man das hier geschieht, bevor man sich in der Tür mit der Tür aufgelaufen will, darf man sich in der Tür ein. Und dann kann man sich da rein. Jetzt, wenn man offen ist, und man muss aber auch ein größerer Schuhen in einer gewissen Weg. Das heißt, ein kleiner Tod, ein kleiner Heder, ein kleiner Tür, hat sich umklebt, der ganze Schmutz hat sich umklebt in dich. ein Mensch ist ein Rhein geworden, aber erst darf er sich hüten rein, aber erst darf er oben schmieren. So ist es, wenn man sieht, die Schläuche zwischen schmieren, Chie, Chie, Kalle, und Chüssen, ja? Chüssen darf er schmieren, es macht eine neue Leid, es macht die Kalle, es macht eine neue Leid, es macht die Kalle, es macht die neue Leid, also darf er schmieren. Der Schäume und der Apneim ist der Gemeinde. Das heißt, man darf doch wissen, es gibt ein Hüten, wenn es da gibt es mal. Es gibt Leute, die Menschen, wenn es da gibt es mal, der muss sich von der Zichalanz, aber das ist immer so. Aber alle wissen, was du schmieren. Das ist ein Heilig von einem gewissen Mitzvah, wenn man sagt, dass du schmierst, Schabbos darf er nicht schmieren. In der Kippe darf er noch größer schmieren, in der Essen nicht viel. In der Kippe darf er noch größer schmieren, in der Kippe auch nicht geschmieren. Jeder kann nicht schmieren, sondern in der Kippe kann nicht schmieren. In der Kippe darf er nicht schmieren. In der Kippe darf er nicht so schwer sein, denn das muss man nicht so schwer sein, weil das Bundeskolland nicht so schwer sein kann. Aber man muss auch nicht so schwer sein, nicht schmieren. Das heißt, wenn man in der Früh nicht so will, dass man nicht schlafen soll, dass man nicht in der Früh aufhören kann. Das heißt, man muss nicht aufhören. Man sieht, dass man nicht aufhören kann. Wo ist das aufhören? Wenn das aufhören, dann kann man nicht aufhören. Jetzt kann man nicht aufhören. Na warte, wenn man ein bisschen unkriegt hat, alle sieben beginnen ist, man muss sich alle sieben machen. Jetzt kann man nicht aufhören. Wenn ein Mensch kommt raus für Mikveh, dann kann man nicht aufhören, dann kann man nicht aufhören. Dann kann man nicht aufhören. Das ist eine andere Sache. Ich weiß nicht, was man macht. Ich weiß nicht, was man macht. Man kann nicht so lernen. Das ist eine längere Zeit. Aber wenn man das durchführt, wenn man das durchführt, dann kommt man aufhören. Dann kommt man aufhören. Dann kommt man aufhören. Wenn man das nicht mehr unkriegt hat. Wenn man das nicht mehr the problème hat, die zufrieden werden. Das ist doch die liebe. Wenn man noch nicht aufhören, dann kann man sich aufhören. Das ist die erste Sache. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, man darf nicht aufhören. Die dritte Sache, ich will aufhören. Wie darf man aufhören? Man darf nicht darauf sagen, Das ist ein Gebot von Chazal, das ist ein Gebot von Chazal, das ist ein Gebot von Chazal. Aber es geht zum Gebot von Chazal. Wenn es das heißt, wenn es chazal heißt, ist, es geht dann mit Schazal. Es geht dann mit Schazal. Es geht dann mit Schazal, das ist ein Gebot von Chazal. Es geht dann mit einem Gebot von Chazal und Fertigem. Das heißt, ich nehme ein bisschen Chimisch, ich nehme ein bisschen Novi, ich nehme ein bisschen Gesieven, ich nehme ein bisschen Knäckzeit. Das ist halt kein Knäckchen. Das heißt, ich mache eine Küche. Das heißt, ich mache eine Küche. Das heißt, ich mache eine Küche. Ich mache eine Küche. Und von dem kommt der Gedanke, dass sie nehmen, dass die Küche zusammenflächen, und die Bohnen von ihnen immer zusammenhalten. Das ist gemachte Küche. Das ist gemachte Chidisch. Das ist die Küche, die derchen Mädrisch. Wie soll, in Chaddisch sein Chidisch, und bei Frat, das ist auch eine Chidische, das ist die Icker. Das ist in der Iseltag, im Sardeg immer so. Aber was er meint, das ist eine Küche. Dann darf man Karsche sein. Sie machen es so, man kann, dass man Farrisch sein, aber fertig ist. Die Karsche sagen, der Teuer hat doch auch klar, also wie es hat er gesagt. Wenn man nicht Chidische Teuer, also wenn man nicht Chidische Teuer ist, dann ist man nicht für den Verroben. Es ist keinmal nicht local MSDG. Das heißt, locally ist ein Pschad, local heißt, so ein bisschen, so ein bisschen, ja, das ist ein Pschad, auf dem Platz, und so führt nicht weiter. Der MSDG-Chaddisch ist allemal der Pschad vom Kolateure Kille bei MSDG. Einmal weiß man nicht, wie er soll, man darf es gerne connecten, und ich bin dann gar nicht auf dem Kuchen gekommen. Aber der MSDG-Chaddisch ist allemal ein Pschad auf Kolateure Kille. Da in der Welt drauf, sei auf Mikre, sei auf Mischne, sei auf Nuvim, sei auf Xivim, das ist auf alles. Wenn man nicht hat der MSDG-Chaddisch Teuer, das ist, wenn man nicht hat der Chidische Teuer ist zu sagen, in der Welt sein muss, wenn man nicht mehr mit dem sie an der Welt aufgibt, die sie in seinem Bereich weiß man sich zu treffen, das ist eineministraße wie sie zamord, wie sie zusammen cercaht. Da wurde ich nicht zu sparen, die in den Mannoksantischen Es sind Leute, nicht zu sparen und als du in der Welt Hola, bei einem der Menschen haben nicht zu sprechen, wie sie vor allem die das Handeln in der Welt kann die treffen sich bei Jickrö oder Wurröm, also alles in der Köln-Teure-Kille mit dem Oren, mit dem Chiddisch saggert, also nach dem Rest liegt. Er sagt, jeder Dwar-Teure, was er sagt, jede Chid-Teure, was er sagt, kommt mit dem Fahrer an Köln-Teure-Kille. Was heißt, er hat gedient Köln-Teure-Kille, er sagt, denn ich sogar in der Kiddisch, meine ich nicht zu sagen, das ist das, was ich jetzt in der Pustik komme, denn ich komme, ich gehe in die Rache. Er sagt, er ist ein neuer Weg, er ist ein neuer Dereer, er ist ein neuer Oren, er ist ein neuer Brillant. Und ich sage, das kann man dem Fahrer an Köln-Teure-Kille, das ist ein neuer Weg. Das heißt, es ist ein neuer Weg, das heißt, machen die Köln-Teure-Kille, und das heißt, wir machen die Köln-Teure-Kille, wenn wir gehen morgen, machen die Köln-Teure-Kille, und das ist der erste Schritt, wenn wir machen die Köln-Teure-Kille, wenn wir gehen da durch. Wenn wir gehen, wenn wir machen die Köln-Teure-Kelle, ob wir gehen, ob wir im Kabul-Teure-Ketter kommen, wenn dann kein Köln-Teure-K לב, dann kommt es um eine Sibbe, wenn wir gehen, es geht dann gar nicht in der Welt rein, es geht nicht in der Welt rein, es geht nicht in der Welt rein, und das ist nie möglich, sondern man muss das alles mit einem Schmahn sein, aber man sieht leider zu вотου, es ist nicht das, was man machte, nicht das, was man erlebt das, was wir so auch kommen. Das ist wichtig, wenn man einfach wissen, es geht dir nicht, es geht nicht mehr genauer, man kann es nicht mehr wissen, man machte es nicht mehr aus, man machte es nicht mehr aus, man machte es nicht mehr aus, man muss sich das extrêmement gut entschuldigen, da ist nicht mehr aus, aber man kann es nicht mehr aus, sondern man hat er Philadelphia zit, das ist halt nicht mehr so, man kann es nicht mehr als 20, Das ist noch ein Hemmschicht von der Friede geieicht. Das muss man dann so tun. Aber eine neue Eiche, das ist das Kille. Du hast siebe zu machen eine neue Eiche. Das heißt, die ämste Eiche. Die ämste Eiche heißt, ich wollte gerade mit dir mit dir in der Nacht. Nicht, das heißt, ich habe gerade mit dir 20 Uhr zurück, und es ist besser, wie es sich geht. Warte, schlafen zusammen. Das heißt, die alte Eiche. Das heißt, Zwiechen, ja. Seit letztem Jahr ist der Wachs noch heraus. Eine neue Eiche heißt, ich habe eine Hand, bevor wir es schaffen mit dir. Das heißt, wenn ich eine neue Eiche, wenn ich eine Frau, wenn ich eine Kabele in der Eiche, dann kommt man eine neue Eiche, wenn ich in eurem Eiche habe, ich habe ein neues Kleid, ich habe ein neues Kleid für dich, ich habe ein neues Wort, ich habe ein neues Schmeichel. Das heißt, wenn ich eine neue Eiche habe, dann muss man eine neue Eiche für die Eiche. So ist es teuer. Wenn man eine Eiche zu den Schwierigkeiten kommt, dann sagt man, ich will ein Kabele auch teuer. Dann sagt man, vier-tusend Jutsch... drei-tusend Jutsch rick, aufs Sede kennt man eine Spheecha, kennt man eine neue Eiche. Und wenn man eine Eiche sagt, dann sagt man, dann sagt man, dann sagt man eine neue Eiche. Dann sagt man, es gibt eine neue Eiche zu machen, Und das täglich ist auch eine eine Gelegenheit. Es ist so ein Verschwachen, es ist Zeit auf alles Zeit zu kommen. Es ist das Zeit auf alles Zeit, aber dann andere Peter, und dann andere Aufmerksamkeit, es ist ein Problem. Es ist etwas weiteres, aber der Montag hat sich eine Probleme mit einem Problem. Es ist vielleicht noch nicht was ich, aber es ist ein Problem mit einem Schlauch, ich habe immer trackt. Es ist ein Zeiter Zeit. Das heißt, wenn man es ein Problem gibt, dann bin ich versuch, dass ich nicht mehr sagen kann. Aber unter dem ist es auch so ein, ist das der Eumekabschad von der Jägen und das macht man doch, wenn ich das teure mache, das darf ich jetzt mal falsch sein. Hey, was ist es am Morgen? Ich habe schon jetzt gemacht, das teure, ich werde doch einfach machen das teure, was ist das Möße am Morgen? Können Sie doch bitte verstehen, der Köscher von der Schöne, das heißt, die Kalle, die Hüme, die B'nai Chabresa-Kalle, die B'nai Chabire, das ist die Tat von dem. Wieso versteht man das? Das ist eine Sache wichtig, weil ich habe die ganze Zeit mit Fahd gesagt, dass die Schöne, das war das eine von der Eumekabschad. Aber das kann man auch nicht sehen anders. Das kann man auch nicht sehen anders. Aber wo darf man das kennen sehen anders? Das kann man auch nicht sehen, dass die Schöne, die Schöne, die Schöne, die Schöne, die Schöne, die Schöne, die Schöne. Das kann man auch nicht sehen, dass die Schöne, die Schöne, die Schöne, die Schöne, die Schöne, die Schöne. Damn ist es, mitz�orten Sie alle mitzetten zu tun mit anderen G Зuhang und Präsident. So ist es eine sae Sprache vor dem Le성, die Schöne, die Schöne, die Schöne, die dann le alles wegen dir, das heißt an der Maa a-pushet er ist, das ist gescheitend, ich darf das jetzt reden das ist gescheitend, das ist sich, a-pushet er ist, das ist ein Titel der Schmau, ich weiß, was er in der Ege ist er hat und bei Titel der Schmau, das heißt, woher kommt ein Schild, woher kommt alles wie es so, ja, hier kommt ein Schild, der Teure heißt, der Miniggeist, der Tata heißt, der Zayda heißt, ich weiß was ein Titel ist für sich, lebt der Fokus lebt er als Heilig von einer Community, der Fokus lebt er als Heilig von einer Masseure, von einer Tradition schon im Wein der Gesicht Ich versuche dir, Gott, dass der Schild ist, das ist Ich versuche das andere, die Erhebze, das ist ein Teil der Teure, die Verspiel in der kümmert Ich finde, das Einzige ist, die Meinzeichen verbotenz ist, das ist eine Einzige, die der Ausheben, ist eine sage und da ist kein Weg für mein Lieb Vielleicht ist er sehr besser, der Zayda ist weg von dem Zayda, diese Zayda gibt nicht klar über康 Trend es ist kein Weg in Dich, das ist eine Sache, das heißt, in Dich wird durch deine Schirene, in der Welt wird durch Aber es ist der Akte für dich, wo es da in diesem Plan ist, das darfst du dich sehen als der Haber von der Schöne Es ist nicht als diebes der Schöne, es gibt sogar sogar diebes der Schöne Es gibt am Urlaub, aber es ist nicht alle Es ist besser zu sagen als diebes der Haber von der Schöne Und der Schöne ist du, und der Schöne darf als... Heißt, eine andere Werte... Was meint das so, als der Mann der Schöne? Es ist Gott allein, du bist allein zu der Zeugung, als der Sein, 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 als der Sein. Das ist so ein Narrativ, du bist nicht der Sein, als der Sein des Fall séins Wenn ihr esbesdeft, als breit Zürd ... Was ihr solltet? Cornel und als der Sein, als der sich glaubt ihr med und ihr sch enthusenorters, nfather Es ist das Laus, diese ist der Sein, der Sein! Es ist die Sein Heuage Und die Seine ist spirit, die sich richtig ispiej Es ist ihr der Sein, dass der Sein heu Khabe von der Sein Es ist eine打kürzung, das ist natürlich Dass ich kinder darf als einer zu geben, um etwas zu übernehmen, dass er das auch mit einem Spitzmass von ihr hjert. Und ich habe gesagt, dass der ganze Zeit im Hause mit dem Aussehen hat, dass wir nicht mehr so ein paar Tage gesehen haben. Also ich habe mir die Stoff. Also ich habe mich mit der Kalle, das ist um das Kalle, weil ich habe mir Ratschan aus weekly und ich habe mir Vater aus einen Mann, ein altes Mann, ein altes Mann, ja. Also ich habe gesagt, ich habe eine neue Idee, 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 ich habe eine neue Dwarah Chides, auf dem periphery und dann was er Santa Claus. Dann können wir eine Maschine aufhören, sondern einen Maschiner nicht mehr. Man kann die Schinne aufhören auch mal mit etwas. Aber kein Problem, kein Problem mit der Unternehmung, kann man nicht mehr aufhören, wenn man sagt, dass man ein Micro weiß, dass er immer mehr kann, dass man ein Micro nicht mehr aufhören muss. Man sagt, dies stimmt nicht. Er ist nicht so, dass sie aufhören. Wenn man sich nicht aufhören will, wenn man so aufhören muss, Also ich habe mich nicht das Leben und eben. Ich habe mich nicht, ich bin, ich bin, ich bin, aus der Leyen und habe mich gemacht. Ich bin, ich bin, wenn ich nicht. Please, ich habe mich nicht, ich habe mich recht, ich bin, was ich ich bin. Deshalb ist, weil ich mich auf das Schiff, ich habe eine Holofläche, ich habe Sprechheit, ich habe die Schiffe in der Welt, und ich habe einen Streifen, damals auf den Pechek, und ich gemacht mich, und ich habe mich gesehen und ich. Schon nachher Ich will nicht sagen, also wenn ich will, auf der steht, wenn ich weiß Meinen will, wenn ich weiß, wenn ich weiß weil ich weiß, wenn ich weiß, wenn ich weiß wenn ich weiß, wenn ich weiß, wenn ich weiß dass ich weiß 15 Jahre alt auf der steht Aber es gibt keine Schritte, aber es gibt keine Schritte, aber es gibt keine Schritte. Und das ist, was passiert morgen? Morgen, was passiert? Dann gibt es die Leute, und es sagt, Sie haben gesagt, Murat habe mir vor Horns, wie ich es Leute anwenden, was ich dieser Schiff hatte, und ich sieile schütze! Wenn du dabei bist, oh, die Leute anwenden, die Leute anwenden, die Leute anwenden, die Leute anwenden, die Leute anwenden? Ich weiß, dass ich vier Jahre altensoulten oder mich weiterfeste. Ich will nicht, dass ich das gemacht habe. Was hat es gemacht von dir? Es passt doch nur. Ich meine, die Mietechnisch, der Weitere der Emes hat ihn mit ihr geholfen. Das meint nicht, das ist der Tag für ihr. Er sagte, schick dir die Matunas. Es heißt, ich lieb, ich siehe, ich rede. Es heißt, die Reihe meint die Reihe der Kalle. Nicht die Kalle allein. Die Menschen, die man gebringt, die man geschickt hat, die man geschickt hat, die jahre, die man geschickt hat, die man geschickt hat. Das schickt man zurück. Es wird auch geschrieben. Es wird auch geschrieben. Jede eine von den Chaves in die Kalle wird auch geschrieben. Es wird auch geschrieben. Es wird 70 Bruches in der Natur. Die Kreunen von den Eilen und Eilen. Nicht die Wehren von der Kalle. Das heißt, sie bekamen die Teure, sie bekamen die Teure. Zusammen mit der Schöne. Morgen in der Früh. Hat die Kalle. Pushe Pushe Pushe. In allerlei. Folgt nicht gern. In der Weltgewinn gewählt. Und die Gesetzen. Also, die Hand. Morgen. Gelehnt die ganze Sache. Probiert sie. Träume ist an jeder eins. Die Hand ist eher auf dem Schwierst. Es war ein Teil mit meiner Schiene. Man kann sich gerne mit der Sache schnellen. So, hier ist viele davon zu diskutieren. Und ich hoffe. Es wird eine sehr gute Arbeit. Ich habe die Nachrichten. Ich habe gesagt, es ist ein sehr guter Schreiben. Es ist ein sehr guter Schreiben. Ich habe viele nicht gekannt. Es ist ein sehr guter Schreiben richtig. Aber es ist sicher. Und es ist einfach. Es ist einfach. Es ist einfach. Es ist einfach.